Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo und zwar gibt es seit der neuen Rainbow Six Siege Season Amber Rise mein Logo als Charm für eine Waffe und das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte für mich. Ich freue mich da riesig drüber. Viele von euch haben das Ganze schon wahrgenommen, aber weil es immer wieder gefragt wird und weil viele das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, möchte ich ganz kurz erklären, wie man diesen Ingame Charm bekommt. Das Ganze ist eine Support-a-Creator-Geschichte, also sprich Ubisoft möchte damit Rainbow Six Siege Streamer unterstützen, in dem Fall jetzt meine Wenigkeit und das Ganze funktioniert so, ihr geht auf meinen Twitch-Kanal und lasst da einen Sub da. Ich möchte an der Stelle sagen, es ist momentan September, das heißt ein Sub kostet 50% weniger als normal. Ihr könnt aber auch mit Prime subben, ihr könnt euch einen Sub schenken lassen und wenn ihr aktuell schon Subscriber seid, dann zählt das auch. Also ihr müsst nicht erst noch einen Resub raushauen, sondern wenn ihr aktuell Subscriber seid, funktioniert das direkt. Das Ganze läuft so ab, ihr müsst euren Uplay-Account mit Twitch verknüpfen. Das macht ihr eigentlich auch, wenn ihr zum Beispiel den Prime-Loot einlösen möchtet für Rainbow Six Siege, dann ist das eigentlich auch schon verknüpft. Und dann dauert das Ganze, also wenn ihr das gemacht habt, dann dauert das Ganze so ungefähr zwei Stunden, bis der Charm freigeschaltet wird. Zumindest war das bei mir und bei vielen anderen gestern so, vielleicht ist es auch direkt freigeschaltet. Ihr könnt dann einfach ingame in Rainbow Six Siege den Charm auswählen und an jede Waffe hängen. Und im Endeffekt ist es dann halt so, dass der Charm einmal aktiviert wird und dann für immer da bleibt. Das heißt, ihr braucht nicht wieder einen Resub raushauen oder so, also nicht nächsten Monat Resub, sondern der Charm bleibt für immer dann Bestand des Spiels und eures Spiels. Das Ganze gilt jetzt für drei Monate bis zur nächsten Season. Dann werden wieder neue Creator mit reingenommen und mein Charm läuft sozusagen aus. Das heißt, ihr habt jetzt bis zur nächsten Season Zeit, diesen Charm einzulösen. Und ich glaube, das war alles an Informationen. Ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die bis jetzt schon einen Sub rausgehauen haben. Ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß mit dem Charm und ich möchte mich bei Ubisoft bedanken für die Möglichkeit, Teil eines so großartigen Spiels zu werden. Und natürlich auch für die Unterstützung, die ihr mir als Creator damit gebt. Deswegen ein dickes Dankeschön auch an Ubisoft. Und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich später im Stream. Haut rein!